Guten Morgen, Martina. Wie war dein Wochenende? Hallo, Yvonne. Ich wünsche dir auch einen wunderschönen guten Morgen. Wir waren am Wochenende mit den Kindern im Schwimmbad. Lars bereitet sich auf die Schwimmmeisterschaft vor, die bald in Hamburg stattfindet und will daher so oft mit uns ins Schwimmbad kommen, um zu üben. Oh, das ist ja klasse. Wie alt ist Lars denn jetzt? Lars ist jetzt zehn Jahre alt, aber nächsten Monat wird er bereits elf. Wow, schon elf? Die Kinder wachsen so schnell. Meine Tochter ist mittlerweile 25 Jahre alt und wohnt in München. Mir kommt es wie gestern vor, als ich sie an ihrem ersten Tag in die Schule begleitet habe. Und nun ist sie selbst verheiratet. Daran darf ich noch gar nicht denken. Es ist ja zu früh. Was hast du am Wochenende so gemacht? Ich bin einkaufen gegangen, hab den Haushalt erledigt und hab die Schwiegereltern zum Kaffeetrinken besucht. Das ist doch auch schön. Seid ihr mit der Renovierung fertig? Ja, schon. Aber das war wirklich viel Arbeit. Das glaube ich dir. Warum bist du denn eigentlich hergekommen? Eigentlich bin ich zu dir ins Büro gekommen, weil ich gehört habe, dass unsere Besprechung mit der Wagner AG verschoben worden ist. Ja, leider. Herr Müller hat mich heute Morgen angerufen und mir mitgeteilt, dass sein Chef, der Herr Wagner, leider krank geworden ist und daher den Termin nicht wahrnehmen kann. Das ist ja ärgerlich. Ich muss ganz dringend einige Themen mit Herrn Wagner besprechen. Sonst kann ich die Bestellung nicht aufgeben. Ich habe mit Herrn Müller einen neuen Termin für Donnerstag nächste Woche vereinbart. Kannst du bis dahin noch warten? Erst am Donnerstag? Nein, das ist zu spät. Die Bestellung muss spätestens am Montag gemacht werden. Sonst kommt das Material zu spät und wir können unsere Termine mit der Wagner AG nicht halten. Oje, das wusste ich nicht. Was machen wir jetzt? Kannst du Herrn Müller nochmal anrufen und um einen früheren Termin bitten? Vielleicht ist Herr Wagner ja nicht so lange krank und kann eventuell diese Woche noch einen Termin mit uns vereinbaren. Am besten sprichst du selbst mit Herrn Müller. Warte, ich suche dir schnell seine Telefonnummer und schreibe sie auf. Moment. Moment. So, hier ist sie. Er sagte mir vorhin, dass er bis zwölf Uhr in einer Besprechung ist. Aber danach wirst du ihn sicherlich erreichen. Ab zwölf Uhr bin ich dann in einer Besprechung. Die wird vermutlich den ganzen Nachmittag dauern. Kannst du bitte Herrn Müller nach zwölf Uhr nochmal anrufen und alles mit ihm besprechen? Ja, das ist kein Problem. Ich schreibe dir dann eine E-Mail, wenn ich mit ihm gesprochen habe. Die kannst du ja über dein Handy auch während der Besprechung lesen, oder? Ja, das ist eine gute Idee. Vielen Dank, Martina. Kein Problem. Ich sage dir Bescheid. Komm, ich spendiere dir einen Kaffee in der Cafeteria. Gerne. Vielleicht gibt's in der Cafeteria noch zu essen. Croissant oder Berliner. Ich habe nämlich noch nicht gefrühstückt. Ich habe dort vor einer halben Stunde gefrühstückt. Allerdings gab es nur das normale Frühstück. Brötchen mit Wurst und Käse. Und das ist eine gute Idee. Musik Untertitelung des ZDF, 2020